Willkommen zurück, ich bin nicht mehr geknäbelt. Ich hab dich unter einer Bedingung freigelassen. Someone wake happy fun time? Gut. Time! Yes! Okay, ich bin Erso mit meinem Bruder Alana, der mich hoffentlich nicht geknäbelt. Machen wir mal weiter. Fast 15 Minuten. xD XD X XD 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 Prozent Prozent Klinik mit dem er aus nur ein Jahr es kann er 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 und nun mit meinem Weg dagegen zu sprechen möchte ich das Niveau jetzt mal ein wenig anheben und zwar uns indem ich erkläre was soll ich eigentlich immer mit mein Grafaden hey das tust du nicht you I can't let you do that you know creepy warum kann ich das nicht machen egal mit dem Geilfaken sammeln denn nutzloses Zeug ach ach du Arsch ja ich hab die ganze Spannung vorweggenommen ne klinik okay das war eine Brubiwitz wie wärs wenn du richtig springst Link ja ich bin zugeher Knirps ja ich bin zugeher Knirps ja ich bin zugeher Knirps Wetten werden jetzt ungenommen, wann schafft ihr das? Die Wettzeit ist vorbei! Das Problem ist, dass hier ist ein Video. Das klappt schon, Youtube Magic und sowas. W- Das ist nie mehr witzig. Warum haben wir uns ja gerade tot gemacht? Hahaha Scheiße Wer schafft so den ersten Sprung? Ey, so der zweite Klapp wurde, dann ist alles worden. Heeeey! Mann, ey! Jetzt daneben. Na, schade aber auch. Du hast ja noch reiche Gelegenheiten, das Ganze zu vermasseln. Ja, hab ich. Warum machst du es nicht so, wie es vorgesehen ist? Weil Sequence Made lustig ist. Ähhhhh Hahaha Hier schreibt doch niemand in den ersten Sprung. Hahaha Das is all. Das is it all. Die Fail Episode. Nur weil ich's Let's Play genannt habe, jetzt kommt der Curse. Ja, genau. Haha. Jetzt kriegt er den nicht. Du bist offiziell ein Opfer des Flugs. Ich hab's ja nie geglaubt, dass es den wirklich gibt. Der LP Grudge. Ja, fächer den Bomb zu. Bomb. This is gonna blow. This blows. It totally does. Nee, oder? Hhhhhhhhhhhhhhhhhh Se- Hahahaha Sehen Sie nun, ihr innerhalb dieser nächsten folgenden 10 Minuten versucht diesen einen Raum anzuschließen. Das wird ein langer Tag. Du weißt, was das Schlimmste ich weiß, dass es hierbei nur um meine Schatzkarte handelt. Okay, das ist langsam nicht mehr witzig. Kopf. Okay, ich mach ernst. Aber es ist so, ne? Los komm, ernstes Gesicht. Go for it. Go, go, go. Du packst das. Eye of the Tiger und so. Aber es ist so lustig. Das schaut doch schon mal nicht schlecht aus. Oh, und da Segel. Ja, ja. Hervorragende Segelarbeit. Das könnte der Microsoft Segelflugsimulator nicht besser machen. Es gibt einen Segelflugsimulator? Ich hab keine Ahnung. Das würde mir nicht von einem ran. Es gibt einen Mülldeponie-Simulator. Der ist von Microsoft. Es gibt einen Mars-Simulator. Fast. Oh, guten Zier. Close, but no Cigar. Because the Cigar belongs to Big Box. Finally! Das klang noch gut. Das wäre so, wenn ich jetzt rausrutsche, ja. Ja. Am besten mal so vorne weg und mit dem Kopf auf die Kuh und BAM. Sechs Minuten Failure! Ah, perfekt. Guter Anfang. Dann könntest du die restlichen sechs Minuten wieder alles gut machen. Nee. Niemals. So, das kannst du jetzt für eine mickere Karte gemacht. Ja. Großartig. Ich weiß. Ich weiß. Ich hätte es sein können. Kannst du ja mal versuchen! Denied! Das ist die Failure-Episode, oder? Oh, was ist das Ding wieder da oben? Oh, come on! Oh, come on! Oh, come on! Oh, come on! Das ist lange noch nicht mehr witzig. Okay, ist das schon. Ich weiß nicht. Ich finde es witzig. Aber vielleicht gibt es da noch die Zuschauer. Ja! Ha! Ha! Ja! Ha! Hm. Ha! Ha! Ich weiß nicht, wie er versteht wie sie es nicht machen will. So. Was hast du gemacht? Haben ein paar Viecher gefahren. Wie es aussieht, müssen wir warten. Ich bin irgendwie ein Konzenterz. Müssen wir warten, was hinter dieser scheiß Tür ist. Bis dann! Kurze Episoden sind kurz.